Guckst du da, seid ihr noch da? Ja! Um, um, um! Eins, zwei, drei, vier! Für der Klimaschutz! Eins, zwei, drei, vier! Ich finde, das ist einfach eine wichtige Sache, Klimaschutz. Und ich finde, das ist einfach eine gute Möglichkeit, gerade für junge Leute etwas zu bewegen. Ich hoffe mal, dass vielleicht auch die Politiker jetzt endlich mal so realisieren, dass irgendwas falsch auf unserer Welt ist und dass sie endlich mal was dagegen machen. Sodass wir halt Aufmerksamkeit auf die Klimapolitik lenken, dass überhaupt richtige Klimapolitik eingeführt wird. Deshalb sind wir hier. Wir sind hier! Wir sind klar! Weil ihr kostet die Zukunft! Und ganzher Karte! Aber wir werden Launchpad �ree 4—Karte –Karte –Karte! 4—Karte –Karte. 3—Karte! 5—Karte! 4—Karte! 5—Karte! 3—Karte! 5—Karte! Ja, 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 ja.